Hallo Leute, hierherzukommen! Auf Wiedersehen, ich bin Frano Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Notruf 1.1.2, die Freiwillige Simulation 2. Ich würde sagen, wir gucken auch mal direkt, dass wir hier den Maschinist wählen und starten auch direkt mal einen Einsatz. Ja. Achtung, Brandschutz, Containerbranche, Einsatz für TLF 1, Leipziger Straße. Sollte auch Toner machen, würde ich gerade sagen, aber... Renn, 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 renn. Ich hoffe, das ist nicht wieder dieselbe Aufgabe. Oh, doch. Die ich schon mal hatte... Dit, 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 dit Kontina Branche. Dit, dit, dit. Let's See go. Leitstelle Mülheim 1 TLS 4001, kommen. So. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Unklare Schadensmeldung, Sie werden eingewiesen, kommen. Leipziger Straße, da bin ich dran. Verstanden, Ende. Tüttütt. Wo muss ich mich denn hier hinstellen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich glaube, ich weiß wo. Dazu muss ich ihn mal kurz drehen, so. Hier oben, glaube ich. Hä? Wir sollen hier ein Einsatz sein. Perfekt. Die brennt gar kein Container. Links auf der Seite. Ah, da sehe ich die Wolke jetzt. Junge. Da. Wie soll man das denn sehen, Alter? Drehen wir hier mal kurz. So. 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 17 ojo das bringt ja richtig technische hilfe nähe brandbekämpfung der schloss abgang und dann erst mal weiterkommt und auf jeden Fall mein PC das beten wird das Spiel hängt nur ich besorge den Pfeiler also Leute ich will mir ja bald einen PC holen weil das hier einfach nur rumhängt aber leider dauert das noch ein paar Jahre benötigen einen ich check nicht warum das hängt weil es hängt halt nur im Streaming-Dings aber egal das ist eigentlich alles niedrig so hallo brandbekämpfung Löschangriff holst so Leute es tut mir sehr leid dass es hier alles ein bisschen rumhängt ich kann leider nichts dagegen tun ähm ja so er macht sich jetzt bereit mit dem Holstrahlrohr so wie lange brauchen die denn bin ich ja 30 Millionen Jahre schon fertig so und jetzt löschen nicht nur drum rum stehen sondern noch mal löschen hallo Kollege löschen danke so so Flashangriff schnell Angriffsfrausrichtung könnte der andere machen ne kann er ja nicht ne ne mach ich mal weg doch jetzt hört auf zu ey Junge Blutnester suchen Blutnester suchen so ne mach du das mal vorbei könnte ich auch mal sehen ob da oben was 0 0 0 0 0 n 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 gerufen ja ich arbeite hier im Parkhaus habe direkt die 1 an 2 angerufen wieder bleiben sie wo sie sind das haben wir gleich ja habe ich ja schon fertig ok brandbekämpfer wortsbegehungsstraße absichern warum denn die absoluten sinn also eigentlich bin ich jetzt fertig aber dieses spiel ist halt schon wieder so kacke entwickelt von den entwicklung dass das hier schon nicht funktioniert jetzt kann ich zusammenpacken jetzt nicht mehr wow gerade auf zusammenpacken drücken und dann geht es weg was für ein rot so gucken was jetzt wird dieses spiel macht mich noch aggressiv so so leute jetzt können wir zusammenpacken so da kann ich jetzt auch mal mithelfen so so leute ich muss immer kurz den kraft machen ich habe inzwischen auch schon irgendwie alles hier gepackt ja perfekt dann können wir jetzt auf ach und drücken ich bin der maschinist so so gehen wir mal rein da schließen so leitstelle mülheim 1 tlf 4001 kommen mal hier mal kurz gucken wie ich hier rauskomme hier leitstelle mülheim kommen abschließende lagemeldung feuer aus einsatzstelle an parkhaus personal übergeben rücken wieder ein kommen genau so ja das ist verstanden ende dann fahren wir mal wieder zurück ne so bisschen über rot fahren auf ganz entspannt so ach ein auge ich sehe nichts so so machen wir hier mal kurz das licht aus keine ahnung warum das an ist aber egal so aussteigen so sind hier die kacktür ja so öffnen das ganze hier so zack zack so und eingeparkt jetzt ist die codierung überlastet ich habe gar nichts gemacht so einsatz wendet ok leute wenn euch das video gefallen hat lasst gerne liken abon und kommentar da schaut außerdem auch mein diskursor vorbei der ist unten in der video beschreibung verlinkt ähm aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst äh ja habt nen traumhafen tag und auf rein leute euer sando tschau tschau wär rap tout bei Untertitelung des ZDF für funk, 2017